Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tylerbox. Mein Name ist Bastian und heute mal was besonderes, da wir den 6. Dezember haben. Es ist ja mal wieder die Weihnachtszeit, Weihnachtsmärkte, Glühwein, meist nicht so edel wie auf dem Bild, sondern eher der aus dem Tetra-Pack, einem oder zwei schon Kopfweh macht. Oder Familientreffen mit leckerem Essen, wo wir uns alle wieder voll essen. Aber allem voran der jährliche Kaufrausch. Alle brauchen Geschenke, sei es für Eltern, Geschwister, Großeltern, Freundinnen oder Freund, Kinder, Mann, Frau, wen auch immer. Und es gibt wie immer die Spezialisten unter uns, die erst am 23. oder 24. losrennen und völlig panisch dann irgendwelche Gutscheine kaufen. Doch ich habe mich mal gefragt, wer profitiert denn am meisten von diesem Weihnachtsgeschäft? Welche Aktien oder Branchen? Dazu habe ich mir mal 6 Aktien rausgesucht aus verschiedenen Teilbranchen. Das soll keine Kaufempfehlung sein, doch mal ein Denkanstoß. Also welche Branchen funktionieren in welchen Jahreszeiten besser? Welche Zyklen gibt es? Oft gibt es ja die Jahresendrallye, wo man sagt, im Ende des Jahres geht es nochmal richtig los. Oder Sell in May im Go Away, also die Sommerflaute. Oder dass kleine Aktien sich tendenziell stärker entwickeln als größere. Dieser Aufholeffekt. Fangen wir an mit Aktien Nummer 1. Gerade Aktien, die groß international agieren, also die Onlinehäuser, profitieren enorm von dem E-Commerce-Boom der letzten Jahre. Allen voran ist dort Amazon. Egal ob digitale Bücher oder echte, womit das Geschäft angefangen hat. Oder rundherum um das ganze Leben. Inzwischen kriegt man fast alles, was man braucht auf Amazon. Und gerade zu Weihnachten, wenn die Leute bequem sind, geht dort nochmal richtig der Turbo los. Auch wenn jetzt gerade in deutschen Werken teilweise gestreikt würde für höhere Arbeitslohne bzw. höheres Weihnachtsgeld, meint Amazon, dass das keine Auswirkungen aufs Geschäft hat. Gerade im amerikanischen Markt, der Freitag nach Thanksgiving, wo wirklich illige Rabatte rausgeworfen werden. Oder inzwischen der Cyber Monday. Hier hat Amazon einen großen Vorteil gegenüber den Einzelhändlern. Also sie haben 24 Stunden, 7 Tage, 356 Tage im Jahr offen. Da kann kein Einzelhändler mithalten. Und ganz persönlich, inzwischen kaufe ich auch fast alles dort ein. Mit Amazon Prime ist es einfach zu gemütlich, sich selbst noch ins Getümmel zu stürzen. So hatte ich zum Beispiel einen Platten im Fahrrad. Und wenn ich jetzt in den Shop gegangen wäre, hätte der Mantel dort 25 Euro gekostet. Online bei Amazon hingegen habe ich ihn für 13 Euro gefunden. Es war am nächsten Tag da und ich musste nicht mal mich aus dem Haus raus bewegen. Auch wenn es mir für die Einzelhändler leid tut, aber irgendwie schaut man doch zuerst aufs eigene Portemonnaie, wo man am meisten Geld sparen kann. Aktie Nummer 2. Ein Unternehmen, das seit Jahren wohl vom guten Weihnachtsgeschäft profitiert, ist ganz natürlich Apple. Dieses Jahr könnte es aber besonders interessant werden. Warum? Ein Marktforschungsinstitut hat herausgefunden, dass im dritten Quartal allein die Apple Watch 4,5 Millionen Mal verkauft wurde. Damit hat Apple einen Marktanteil im Smartwatch-Bereich von fast 74%. Und zu Weihnachten dürfte das Ganze nochmal anziehen dieses Jahr, was wieder ordentlich Geld in die Kasse von Apple spielen wird. Zudem kommen Produkte wie Apple TV, Beatskopfhörer und so weiter und so fort und natürlich auch das iPhone. Zudem könnte der Kurs neue Höhenflüge machen durch die Übernahmegerüchte von Dropbox. Man hat eine Kasse gefüllt mit Milliarden und könnte durchaus auf Einkaufstour gehen. Aktie Nummer 3. Es stellt sich die Frage, wer neben den beiden Riesen noch sehr stark vom Weihnachtsfest profitieren kann. Und das ist wohl eBay. Und die dürften nicht nur vor Weihnachten, sondern auch nach Weihnachten noch ordentlich Kasse machen. Warum? Ja, wer kennt es nicht. Ein falsches Geschenk bekommen, was nicht mehr umzutauschen ist oder man hat die Scham, es dem anderen zu sagen. Und das ein oder andere Geschenk landet dann schon mal bei eBay. Allen voran sind es wahrscheinlich irgendwelche Socken oder Unterwäsche. Bestimmt hatte jeder schon mal ein solches Geschenk. Aber auch Paypal dürfte sehr stark davon profitieren, auch wenn das Unternehmen inzwischen nicht mehr zu eBay gehört, sondern abgespalten wurde, weil es inzwischen profitabler als das Mutterunternehmen war. Paypal profitiert sehr stark davon, dass der E-Commerce immer weiter boomt und es einfach sehr bequem geworden ist, mit Paypal zu bezahlen. Ich merke das selbst bei mir, wenn ich irgendwie mal am Wochenende eine Pizza bestelle und irgendwie kein Geld im Portemonnaie habe, dass ich einfach per App bestelle und per Paypal bezahle. Nummer 4. Vom Trend, dass weltweit immer mehr Geschenke über das Internet gekauft werden, profitieren dann auch die Logistikkonzerne. Denn die Pakete müssen ja auch rechtzeitig bis Weihnachten ausgeliefert werden. Ein großer Gewinner davon ist die deutsche Post-DAL-Group. Es werden wahrscheinlich mit den Jahren immer weniger Briefe verschickt, aber dafür umso mehr Pakete durch die ganzen Online-Händler. Zu den Gewinnern zählt da mit Sicherheit auch die deutsche Post. Nummer 5. Für Elektronikkonzerne weltweit ist das Weihnachtsgeschäft immer ein kleiner Rausch. Ob Microsoft mit seiner Spielkonsole Xbox, die Sony mit der Playstation oder Nintendo. Sie alle setzen traditionell stark auf den Absatz vor Weihnachten. Und auch dieses Jahr dürfte Microsoft wieder ganz mit vorne dabei sein. Nicht zuletzt wegen dem Surface dürfte Microsoft weiter im Mittelpunkt stehen. Und in den letzten Jahren hat das Unternehmen sich ja auch wieder stark etabliert. Nummer 6. Bleibt noch der Luxusbereich. Das sieht man ja an Weihnachten immer wieder. Was läuft? Schmuck. Parfüm. Oder am Ende, am 23. oder 24. sogar, nur der Gutschein. Davon profitieren alle Jahre auch wieder mal Buchlas, die jetzt aber nicht mal in der Börse gelistet sind, sondern von einem Private Equity Fonds aufgekauft wurden. CBC. Aber es gibt immer noch so Unternehmen wie Tiffany & Co., die durch ihren Schmuckverkauf ordentlich Kasse an Weihnachten machen. Und jetzt ein kleines Bonus. Mal sehen, ob ihr herausfindet, was ich meine. Das Ganze hat mit Walt Disney zu tun und einem Release. Vielleicht weiß es der ein oder andere schon. Noch ein weiterer Tipp. Mit aller Macht aufwärts. Wer es jetzt noch nicht hat, genau, der neue Star Wars Streifen kommt in die Kinos und könnte damit ordentlich Geld in die Kassen von Disney spüren. Ebenso mit dem Merchadise um den Film herum wird immer ordentlich Geld gemacht. George Lucas hat 2012 an Disney für 4 Milliarden verkauft und hat das Größte des Geldes gespendet. Aber jetzt macht wahrscheinlich Disney ordentlich Kasse damit und das könnte sich auf jeden Fall auch im Kurs ausschlagen. Was denkt ihr? Welche Aktien könnten noch davon profitieren vom Weihnachtstrend? Welche vielleicht sogar nicht? Habt ihr vielleicht sogar Aktien gekauft? Oder wollt ihr es noch tun? Eventuell auch, um zu diversifizieren ganze Branchen wie Konsum oder Transport? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir doch mal was unten in die Kommentare. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn du mehr zum Thema Geld anlegen, Geld sparen und Geld verdienen wissen willst. Ich wünsche euch allen weiterhin entspannte Tage und viel Spaß auf den Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkten und trinkt nicht so viel Glühwein. Und denkt daran, die Geschenke zu kaufen, damit ihr nicht am 23. oder 24. loslernen müsst. Bis dahin, invest smart statt hart.